mal gucken wir wahrscheinlich ist das ziel mit denen sind schwieriger oder so hier drüben ist gleich eins ja ja schon schüsse ist auch wieder nur ein endgegner ja wobei ich auch gar nicht weiß ob man die endgegner oder war gar nicht so schlecht ich weiß aber gar nicht ob man die endgegner nennen darf oder oder kann hier sind ich weiß auch nicht ist zu zwischenbossen also es ist ja er glaube ich dafür da dass man die spieler zusammen zusammenpfercht ja das ist aber ziemlich weit hier ziemlich nah dran mann ich ja jetzt mal gucken ob da was drin ist ich mache mal auf ja ne nicht wirklich ok nichts außer der tod wo oh nein oh ne muti ist die ach da scheiße ich hoffe jetzt ist er weg also ich habe auf jeden fall nicht viel getroffen gerade ne ich auch nicht gerade mit dem gewehr also nicht der meinung war ich ziele gut drauf also wir müssen in die richtung wo gebannert wird ja ich habe gerade ein zombie platt gemacht der hockte da am gebüsch hier so schräg rüber oder da können wir auch lang oh dann sind wir halt auch ein bisschen vom geballere weg genau das gut aber die waffe ist wirklich gut also man hört die überhaupt nicht wenn du schießt oder so hört man das gar nicht ja das hat echt vorteile das kann auch sein dass viele die fette waffe nehmen genauso wie wir und denken die hat mehr bumms oder so aber wenn du da jemand mit überrascht irgendwie hier gibt es Munition Munitionen Munitione 1 und dann hier auch nochmal ja die eine kann ich nicht aufnehmen sagt er was mich wundert dass skype immer noch kostenlos ist naja gut ich meine warum nicht ich dachte dass die entwickler da irgendwann mal geld mitverdienen oder so naja zahlt microsoft aber ich glaube du kannst die pro version gibt es halt für firmen ja das kann gut sein so habe ich mir klar gemacht super naja geht auch mal raus da so mit dem ding kann man auf jeden fall hier schön üben aber hier gibt es nicht genug zogen so jetzt braucht braucht ihr köter noch ein schuss jetzt läuft der weg scheiße ist rechts rüber gelaufen achte jetzt kommt er wieder zwei schuss hat haben schon gesessen jo jetzt war weg der verträgt aber gut was wir aus der Entfernung aber man sieht auch damit kann man treffen ne ja definitiv ja auch platt sehr gut ja da bin ich ja mal gespannt auf wem wir hier treffen wenn überhaupt ach so wie weit sind wir denn schon hier rechts rum oder uns besser da ist doch viel mehr dran zum bis zu das hatte echt vorteile wenn der gegner nicht hört ja dann müsste man wahrscheinlich auch mit dem laufen aufpassen wie man läuft und so jo da ist frieden eingekehrt oh was du das ja ne ich versuche da hinten in die menge zu treffen aber das ist ja echt nicht so einfach der pöbel erhebt sich alter ich muss nachladen ich auch also wenn ich so auf die gegner schieße dann werde ich wahrscheinlich tot sein das glaube ich auch hab mir auch so gedacht oh da gibt's ne moni ich hole mir die kurz hm so dann haben wir es ja schon quasi ja noch mal kurz nachladen hier ja nachladen gut ja willst du da auch noch ein bisschen munition haben ja genau wo ja hier gab es unterwegs das noch und wenn es nur zwei schuss sind ja gibt's mehr drin oh 17 sogar siehste so alter sind wir weit weg oh das ist echt weit weg ja quasi die richtung hier ne ja 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 so ich folge dir mal ja einfach den blauen ding hinterher ne genau mit den drei ne mit den zwei punkten auf dem kopf ja oh ich hab das gefühl mit der pistole kann man besser zielen ja wird aber da brauchst du mehr schuss irgendwie okay jetzt schießen wir mal die saatenmotiv am dach ja ich versuche es schon die ganze Zeit okay ja das ist gute Arbeit ich muss jetzt alles nachladen mhm also ich glaube wir sind manchmal echt die einzigen Idioten die die Viecher verbannen ne die anderen warten bis es jemand gemacht hat ja das gefühl hatte ich auch ich war am letzten mal und dann kommen wir raus gerannt und kriegen einfach in die Nuss ja aber das gibt ja auch glaube ich ei 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 von links von links okay alter so ein Drecksack oh ja ich sehe sie zwei ne ja da ist er da ist er oh ich sehe ihn gar nicht hm war der da hinten hinterm Baum oder äh der ist hier links vom Hügel also im Westen ok 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 jetzt hat er mich erwischt jetzt hat er mich erwischt scheiße mich auch ich auch ich auch alter es ist als wäre ich mit einer Erbsenpistole geschossen ja ja so ging es mir auch ich ich Vielen Dank.